Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 21 Uhr. Wir haben Donnerstagabend, den 14.10. Es ist drei Stunden vor der Premiere von dem neuen Helene Fischer Album Rausch. Bisher sind von den 24 Songs nur zwei bekannt. Das eine ist volle Kraft voraus. Dieses Single ist vor drei Wochen veröffentlicht worden und da ist vorab, so irgendwo vor zwei Monaten, Wamos am Marte veröffentlicht worden. Viele Fragen sind offen. Es gab gerade einen kleinen Livestream auf YouTube. Ich hatte gedacht gehabt, das Ganze geht bis Mitternacht. Nein, es geht nicht bis Mitternacht, sondern es war eine halbe Stunde. Jetzt sind Sie inzwischen auf dem chinesischen Kanal TikTok unterwegs. Das mag nicht jeder. Das lasse ich auch jedem selbst entscheiden, ob er bei TikTok mitmachen möchte oder nicht. Ich kann nur sagen, wir werden hier um 24 Uhr, wenn das Album veröffentlicht ist, direkt live gehen und dann werden wir ein bisschen über das neue Album von Helene Fischer reden. Bis dahin einen schönen Abend von Ich will mehr TV.